Das ist ein richtig schönes Gefühl, wenn man zusammen ist und dieses Licht hat. Ja, das ist schön. Umso schlimmer ist es, wenn man getrennt ist und fast nichts sieht. Ja. Ah, Moment. Und jetzt von ganz oben. Oh, oh, Hilfe, Hilfe. Oh, 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 was ist das schon wieder? Ich fürchte, da hättest du... Ah, das hätten wir anders timen können. Ich hab die erste viel zu spät bemerkt. Ja, ich auch. Ups, warte. Nein. Ach so, stimmt, geht ja auch einfach hier. Viel zu kompliziert gedacht wieder mit dem Schwung am Anfang. Okay, dann machen wir das jetzt so, dass... Ne, wie war das? Lass mich erstmal hochschwingen. Ah. Kannst du nicht von da einfach weg? Manchmal bin ich auch... Ah, halt. Das mach ich nicht. Ja. Also ich mach das, wenn die beiden links sind. Jetzt sind sie zwar gerade links, aber jetzt kommen sie gerade zurück. Dann ist die Frage, ob du da überhaupt rauskommst auf der rechten Seite. Und go. Ah, guck. Da kommst du, okay. Dann bringst du mich gleich da runter oder ich dich. Mhm. So, dann können wir das wieder lösen. Ich mach beide zusammen. Ja. So. Da konnte dir eh nichts entkommen. Okay. Zur Abwechslung mal. Okay, ich geh mal... Keine Ahnung. Geh mal nach oben. Falls da was kommt. Auch mal ein bisschen springen, um zu gucken, ob hier irgendwo Plattformen sind, die man sonst übersieht. Mhm. Hast du einen kaputt gemacht gerade? Hab ich? Ich glaube nicht. Hat sich so angehört. Vielleicht hab ich mich geirrt. Ich hab so ein Geräusch gehört. Oh. Deswegen. Ja, ich will dir kein schlechtes Gewissen machen. Vielleicht hab ich mich geirrt. Aha. Da würde ich gern auf jeden Fall hoch. Okay. Och, du Schreck. Der ist ja auch so hoch. Okay. Muss ich sagen. Sorry, hab nicht gleich gelenkt. Alles gut. Oh, jetzt könnte... Musst du eigentlich... Du musst nichts überbrücken, ne? Da oben. Ne, ich bin nur der... Der... Der Halter, sozusagen. Ich würde... Ja, genau. Ich würde sagen, dann muss ich... Ah! Auf den hohen Block hier rüber. Ja. Okay. Gucken wir mal, wo der mich hinbringt. Ich seh nix. Ich auch nicht. Ah! Okay, jetzt geb ich dir Schwung. Und wo muss ich dann hin? Ich würde sagen, du musst rechts. Wahrscheinlich, ne? Große Höhe oder Tiefe überbrücken. Ja. Ja. Ja, okay. Okay. Achso, warte. Okay. Ist hier sonst was? Nee. Ich mach direkt auf. Bitteschön. Dankeschön. Ich guck ein bisschen hier, ob da was ist. Hier sind tote Bäume. Stachelige Bäume. Oh nein, jetzt bin ich wieder runtergegangen, weil ich gucken wollte. Sorry. Ups. Okay. Ah ja, den mach ich wieder. Und bitteschön. Dankeschön. Ist da unten bei dir was? Na gut, mach mir mal den. Oh. Oh. Oh, das kann man hier kaum sehen. Oh, den sieht man ja gar nicht. Hier ist nichts bei mir. Bei dir war auch nichts, oder? Nee. Nö. Oh, 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 okay. Okay. Und erster und zweiter direkt hintereinander. Okay. Jo. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, bei dir da unten ist was. Aber vielleicht irre ich mich. Nee, da ist nichts. Nee, hier ist gar nichts. Okay. Wow. Ich komm gleich. Moment. Und. Ach. So. Ja, geh durch, geh durch. Ich mach gleich auf. Ja. Ja, ich hab's falsch angesagt. Ich dachte, du kommst nicht. Und dann. Ah, sorry. Ähm, wo sind wir hier jetzt nochmal? Spring einfach mal. Oder lass mich da so hoch. Ups. Ziemlich weit zurück, oder? Ja. Achso, die kann ich ja alle aufmachen. Genau. Tradali und tradala. Piu. Den hatten wir ja auch schon. Und den jetzt ja auch hier, also. Mhm. Ah. Okay. Achso, war's das? Kommt irgendwie vor wie's Ende, ja. Das sieht so aus, ja. Ah, da sind wir ja wieder. Bisschen Angst vor unserer Bilanz. Geh mal da drauf. Ach, da sehen wir noch. Oh mein Gott. Och nö. Über 50 verpasst. Na ja, na ja. Freuen wir uns überhaupt so ein bisschen? Kaum. Ja, so ein ganz bisschen. So ein, oh ja. Ui. Ich finde diese Abstufungen wirklich süß. In der Freude. Sind sie auch auf jeden Fall, ja. Die tanzen auch gar nicht da oben. Nee, sind sie ja. Was ich meine, die drei da. Ja. Na ja. Ja, was ist das Wort, was mir gerade fehlt? Verhalten? Ja, Verhalten. Genau, Verhalten. Naja, was wir mal machen. Irgendwann schütteln sie noch den Kopf. Ja? Oh nein. Nein, weiß ich nicht. Ich war geraten. Ach so, okay. Wollte ich als Witz anbringen. Das tut sie wirklich. Oh je, meine. Okay, da will ich hoch. Okay, warte. Reicht das schon, wenn ich so springe? Ich mache erst mal nur nach oben. Oh! Okay. Das hätte mir nichts gebracht, nur nach oben zu springen. Okay. Nein! Oh blöd, nochmal. Ich glaube, sie hat es gar nicht bemerkt. Was habe ich nicht bemerkt? Ach, gar nichts. Ich habe nicht aufgepasst. Die Videoanalyse wird es dir zeigen. Nichts, was fürs Level wichtig war. Sagen wir mal so. Okay. Ich bin gemein, ne? Guckst du dir später an, dann ärgerst du dich. Ja, natürlich tue ich das. Aber du ärgerst dich über mich, nicht über das Level oder darüber, dass du was verpasst hast. Eigentlich ist es besser für dich, wenn du es nicht weißt jetzt. Na gut. So, okay. Was? Ah, nochmal. Was soll ich denn hier oben? Also ich bin, ja, ich bin durch. Kommst du auch? Ich würde ja gern. Du Schlaumeier. Was kann ich für dich tun? Was können wir denn für sie tun? Da kommt der Nächste. Oh! Diesmal hat sie es vielleicht bemerkt. Ich weiß es nicht. Du hast einen Ghibli zertreten? Ja. Du Mörder! Aber diesmal war es keine Absicht. Beim ersten Mal schon. Natürlich. Na gut. Über die Zeiten bin ich ja eigentlich hinaus, dass ich die töte. Ich habe ja Frieden geschworen. So, also da können wir einen reinbringen, wenn der über den anderen springt. Genau. Und da können wir auch, wir können auch hier einen hochbringen. Hm. Was hilft, was kann der machen, wenn der da drin ist? Ich gehe da erstmal rein. Ich glaube, es reicht schon, wenn ich von deinem Kopf springe. Nee, reicht nicht. Du musst auch springen. So. Ach so, das wäre ein Fall für dich gewesen hier. Ja, Moment. Ich komme wieder zurück. Weil du kannst dann da rein... Oh, was willst du hier drin, ne? Ja, eben. Du bist ja auch ziemlich gefangen. Hä? Juhu! Oh. Obwohl, hier kann ich auch so schon... Wo bist du hin? Ich will jetzt wieder da rein. Was soll, was soll dieser Rosa-Bereich hier drin? Das muss doch was mit dir zu tun haben. Müssen wir beide hier rein, dass einer dem anderen... Das ist auch Quatsch, ne? Irgendwie hilft. Ich weiß ja nicht, wie wir da beide reinkommen. Das ist ja das... Das große Problem der Sache. So, mal anders gesagt. Du musst... Du musst hier oben sein. Ah doch, das geht. Okay, du weißt schon. Also wir kommen da beide rein. Ähm... Ich muss von dir abspringen. Du von mir, okay. Genau. So. Oh, verdammt. Jetzt sind wir nicht beide gesprungen, ne? Okay. Nee, sind wir nicht. So. Okay. Und jetzt kannst du da über die linke Ecke... So. Und dann holst du schon... Okay, na klar. Ich kann ja richtig... Boah, so. So. Jetzt kann ich rein, du aber nicht raus. Also du könntest nur unten raus. Ja. Aber... Ich glaube, es wäre... Nee. Ich... Irgendwie habe ich ja das Gefühl, du musst halt hier zu mir kommen. Warum auch immer. Du kommst ja hier nicht raus und kannst mir hier nicht hochhelfen. Das ist es eben. Also nur ganz am Anfang könntest du das mal... Irgendwie hast du es doch schon hier hoch geschafft, ne? Warst du hier schon mal? Nee. Warst du nicht? Doch. Da war ich schon. Ja, warst du schon mal? Okay. Ja. Ja, stimmt. Du hast mir hier hochgeholfen. Genau. Aber dann kam ich ja nicht weiter. Jetzt komme ich auch nicht zu dir im Übrigen. Ja. So. Warte mal. Was ist, wenn ich hier wieder reinspringe? Bringt gar nichts. Bringt mich höchstens da unten auf die... Noch nicht mal. Noch nicht mal auf die Kante bringt es mich. Jetzt bin ich ziemlich am Ende hier. Äh. Jetzt kann ich nirgendwo mehr reinschwingen. Okay, wenn du oben an der Kante gewesen wärst, kommst du überhaupt selbstständig da jetzt wieder raus? Ähm. Ich habe ein bisschen Angst um dich gerade. Das muss ich mal gucken. Das ist ein Problemchen, ne? Ich kann hier so und dann... Ah, okay, genau. Dann bleib mal an der Kante. Aber jetzt... Doch. Ich komme wieder hoch. Puh. Beziehungsweise, du kannst ja jetzt durchschwingen und hier oben ankommen. Genau. Ich verstehe bloß nicht, was wir davon haben. Wir kriegen dich hier nicht raus, dass du mir hochhelfen kannst. Und ich komme hier natürlich auch nicht lang. Du müsstest mir hier helfen und dann wieder zurück. Irgendwie so. Aber du kannst mir ja nicht helfen. Nee, eben nicht. Ähm. Ich kann mal versuchen, ob ich, wenn ich hier rausspringe, ne? Das müsste ja funktionieren. Ja. Ob ich dann rechts auf die Kante komme. Ja. Hm. Aha. Okay. Das ist dann dein Ausweg, würde ich sagen. Genau. Aber dafür muss ich ja... Kommst du da auch gerade nicht mehr zurück, fürchte ich. Nee, jetzt kann ich dir aber helfen. Aber das bringt uns beiden dann nicht so richtig viel. So, warte mal. Wenn ich dich jetzt hier hochlasse... Ach, ich kann ja selber nicht... Ah, ich habe nicht den Schwung am da runter. Ah, das ist schon clever durchdacht. Ich komme hier nicht runter. Wenn ich hier außen lang laufe, komme ich da nicht rein, weil mir der Schwung fehlt. Ich kann hier wieder zurückkommen. Hilft mir gar nichts. Bin ich wieder hier oben. Wow. Das ist gerade schon echt fies. Aber deinen Rückweg hast du richtig erkannt. Ähm... Hm. Ja, genau. Du kommst so komplett zurück alleine. Ich habe gerade was überlegt. Versuch noch mal hier rein zu mir zu kommen. Okay. Konntest du das jetzt alleine? Ähm... Nee, konntest du nicht, ne? Egal. Ich kann dir ja mal schnell hier hoch helfen. Na, wenn ich Glück habe, schaffe ich das. Warte. Hm. Ah, blöd. Glück. Das war vielleicht das falsche Wort. Danke. Ah, ich bin heute fies. Ähm... Ich konnte dich direkt hier hoch bringen oder von der anderen Seite. Ich bring dich von hier hoch. Ja, ist egal. So. Nein, nicht die Kante. Ach so, ja. Wie habe ich denn das gemacht, dass das war? Ähm... Du bist runtergegangen. Genau, ich wollte dich ja auch hier haben. Ach, ich bin ja hier an der Deck... Stimmt, ich habe einen Denkfehler gehabt. Ah, 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 ah. Ich habe einen Denkfehler gehabt. Nee, du bist hier auf der Seite runtergelaufen einfach. So. So. Wuhu. Hm. Nee. Ja, und jetzt? Sag mal, muss ich... Muss ich auch irgendwie... Muss ich gar nicht oben lang? Muss ich auch... Oh, warte mal. Oh, warte mal. Musst du mich hier den ganzen Weg irgendwie lang bringen? Auf eine andere Art? Also hier zum Beispiel hoch. Keine Ahnung, oder? Komm mal zu mir. So? Wenn du jetzt hier an der Seite hochspringst. Also rechts. Oder hier. Aber hier komme ich nicht... Hier kriegen wir dich wieder nicht hin. Damit du mir nochmal hochhilfst. Sonst würde ich es schaffen, wenn ich jetzt den überbrücken könnte. Wir probieren es mal auf der rechten Seite. Ah, warte. Ähm. Okay. Aber das wird nichts. Ja, nee, okay. Das wird nichts. Hast du eine Idee gehabt gerade? Warte. Ich kann vielleicht zu dir kommen, wenn ich richtig überlege. Ah, von der anderen Seite. Ja. Na klar, ja. Ja. Oh, das ist gut. Das ist gut. Genau. Jetzt bringst du mich hier hoch. Ha! Dann gehen wir beide unten lang. Du kommst jetzt auch wieder zurück, ne? Selbstständig. Ähm. Ja, genau. Genau. Ja, cool. Ha! Wow. Sehr schön. Das war ein gutes Rätsel. So, ich würde mal gleich den Schwung halten. Oh. Wer weiß, was da kommt. Ja, jetzt ist es ein bisschen gefährlich, weil, okay. Weil wir uns in der Mitte hätten treffen können. Ja. Aber hier ist nichts. Aber warum ist denn dieses Ding? Zum Spaß? Das ist eine Antwort, die mir nicht gefällt. Warum sollte im Spiel was zum Spaß sein? Das ist hier der Ernst des Lebens. Echt so? Ja, aber da oben ist doch auch nichts, ne? Das sieht nicht so aus. Wenn da eine Plattform wäre, wäre ich ja schon irgendwo stehen geblieben. Du hattest ganz nach rechts durchgelenkt, ne? Ja. Und bist auch nur irgendwo hängen geblieben. Nee, überhaupt nicht. Na gut, ich glaube auch nicht, dass da irgendwo was ist. Naja, ne. Okay, zum Spaß. Ich habe es akzeptiert. Hier unten war ein Block bei mir. Nur mal so, um es gezeigt zu haben. Jetzt unten rechts. Ach so, ja, stimmt. Ja, genau. Aber da wären wir niemals hingekommen. Okay, oben kommen wir auch wieder nicht lang. Oder? Nee. Spätestens hier wäre einer nicht mehr weitergekommen alleine. Okay. Was ich ja bisher ganz schön finde, ist, dass die Blasen nicht wieder da waren. Ja. Also hier ist, glaube ich, auch wieder nichts. Das sieht aus wie aus einem Bürobedarf, ne? So ein Trenner mit einem Loch drin zum Abheften. Ja, stimmt. Du hast recht. So eine eckige Form, die nicht natürlich aussieht. Wo sind wir beide hier? Oh, wie es hier funkelt. Ich versuche keinen zu töten. Einfach nur wegdrücken. Ah, nein. Oh, 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 oh. Auch nicht so leicht. Auch ein bisschen eine Herausforderung. Dafür gibt es bestimmt am Ende ein Achievement. Keinen gibt die getötet. Oh, das kriegen wir schon nicht mehr. Später sind es jetzt nicht mehr. Ja. Ah, nein. Okay, hier geht es nicht weiter. Dann komme ich mal mit. Oh, oh. Wartet da der Tod? Oh, nein. Sollte das so sein? Okay, lass mal zurückgehen. Haben wir hier oben was verpasst? Ich habe nicht darauf geachtet. Hier ist es dunkel. Jetzt erzähl. Ja, wieder raus. Oh, oh. Hier geht sogar das Level mal nicht zurück. Das ist ja auch interessant. Hm. Ganz was Neues. Boing, boing. Also ich habe jetzt nicht in nichts gesehen. Ich auch nicht. Da ist auch nichts, denke ich. Höchstens was zum Spaß, ne? Genau, so ist es. Ah, hm. Dann gehen wir jetzt aber hier unten nochmal kurz zurück. Hier, wo es uns rausgeworden. Ja, hier ist auch Schluss. Nee, ne? Hier ist auch nichts. Nee, denke ich auch nicht. Juhu. Ach so. Ja, okay. Alles klar. Da kommen wir aber nicht weit. Muss ich außen rum? Ich weiß nicht. Hier ist ja nicht viel mit Schwung geben. Das reicht ja nicht. Und du kommst auch nicht auf die Kante da wieder hoch. Von oben ist es auch viel zu weit. Du könntest ja nicht springen. Also ich gehe mal hier hoch, würde ich sagen. Also runter, gleich hoch. Ja. Oh je. Oh, Kristall, Kristall, hier. Sicher? Siehst du hier, über mir? Der sieht so komisch aus. Ach nee, das ist nur durch die... Ja, ich habe... Ja, der ist ein bisschen... Ja, alles gut, ich sehe ihn. Aber ich weiß nicht, was hier ist. Okay. Oh, oh! Hä? Okay, das benutzt man taktisch. Das ist ja geil. Man stirbt und gibt von der anderen Seite wieder Schwung. Das finde ich ja toll. Gehen Sie mal runter von mir hier. Nein! Ey! Hey! So. Also. Wenn... Das hat dich da durchgeschossen, aber dann warst du auch wieder... Ach so, das ist schon die Lösung, ne? Wir müssen beide einfach auf der anderen Seite sein. Ja, das ist schon die Lösung. So. Dann können wir jetzt nämlich da rüber. Aha. Oh, jetzt... Ich glaube... Ähm... Ich glaube, einer hätte ganz rüber gemusst zu diesem Golfschläger. Zu dem Jump Pad von unten. Mach du dich mal tot hier. Hä? Ich kann doch hier... Über das? Kriegst du es selber hin mit Schwingen? Ja, dann. Ja, stimmt. Das geht auch nicht. Die Übung hat man eigentlich... Ah, sehr gut, sehr gut. Tada! Hab gedacht, es wird komplizierter. Ich wollte halt irgendwie... Aber ich muss schon auf die andere Seite. Weil ich komme nicht da durch, wo du durchkommst. Und alleine komme ich da jetzt nicht rüber. Also, wenn ich jetzt dir mal aufs Dach steige und du einen weiten Sprung machst und ich noch einen weiteren Sprung... Genau, dann geht's so. Dann schießt du mich hier unten durch mit deinem Pendeln. Pendeln, Schwung holen. Genau. Hoffentlich ist da nichts Tödliches. Achso. Ich komme zu dir. So einfach ist das. Ähm... Okay. Äh... Kannst du mitkommen? Ja. Oder wollen wir gucken, was da unten ist? Im blödesten Fall sterben wir beide. Okay, ich glaube, da ist nichts. Ah! Ich bin im Dauertodesmodus gefangen. Ich will auch! Wuhu! Ah! Ja, Mann! Wui! Ich kann es nicht mehr mit ansehen, wie du dauerhaft stirbst. Bitte komm zu mir. Patz! Wui! Okay, so machst du es dir natürlich auch einfach. Da muss nur einer von uns. Nämlich der mit dem Controller. Hahaha! Ja. Danke. Okay, ähm... Achai, und du? Da kommst du ja auch nicht weiter. Oh. Ah, ja. Ähm... Ne, ist aber gut, dass ich hier geblieben bin und nicht durchgeschleudert wurde. Du machst mir die jetzt auf. Halt! Hey! Hä? Achso, ja, ich... Ja, okay. Jo, nochmal. Wache Tee. Mach einfach beide. Sammeln, sammeln, sammeln. So. Ähm... Jetzt muss ich eigentlich auch nur zu dir kommen, indem ich sterbe, würde ich sagen. Ist ja interessant. Vielleicht ist es doch einfach nur ein Portal. Okay. Damit es schöner klingt, es ist nur ein Portal. Jetzt muss... Oh, ich wollte dich nicht schieben, ich wollte springen. Ja. Ne, das nur am allerwenigsten. Obwohl, obwohl... Ne, ne. Ne, geht nicht. Okay, ich... Ich würde mich bereit erklären, den Weg zu machen. Den tödlichen. Um erstmal rauszukommen und alles aufzumachen. Oh Gott. Oh! Ach, ich komme ja gar nicht hoch. Wir müssen beide hier hin. Haha, gute Nachrichten für dich. Du musst es auch überleben. Oh, das war... Ui, ui, ui. Pfff. Ah! Bäh! Oh, blöd. Voll rein. Na, na, na. Na, 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 na. Hui. Boah. Okay. Einfach nur einmal senkrecht hoch. Na an ihn ran und senkrecht hoch. Ja, reicht schon. Moment. Jetzt. Bin bereit. Okay. Jetzt müsstest du... Ach. Was? Was? Welchen wollen wir zuerst machen, ist die Frage. Willst du da erstmal wieder rein? Dann mache ich den großen. Ja, wäre besser. Ja, ne? Dann geh rein. Oh nein. Er ist hier oben. Er ist oben. Wo ist sie hier? Nein. Ja. Töten. Töten, töten. Selbst töten. Äh, ich meine durchs Portal springen. Entschuldigung. Ach, jetzt muss ich da auch wieder rein. Okay, ich mache ihn direkt, ne? Oder? Bitte. Danke. Na, hier komme ich auch nicht weiter. Ich komme zu dir. Aber muss ja. Oh. Ach so. Äh, hier kriegen wir uns beide nicht runter. Hehe. Ich würde sagen, wir müssen erstmal wieder rüber und von der anderen Seite kommen. Ich gehe rüber. Oh, nicht nur ich. Nur ich. Ja, ich weiß. Ich wollte zurücklenken, aber das ging nicht. Uua. Oh, knapp. Hier ist ja auch... Ey, soll ich jetzt hier den ganzen Weg... Guck mal da links. Ja, ja, das schon. Aber ich habe schon überlegt, wenn ich da drin bin, wie soll ich das schaffen? Den ganzen Weg zurück kann ich ja gar nicht gehen. Du machst das schon. Ich setze mich hier in die Ecke und warte. Scheiße. Herr Controller, Mann. Okay, jetzt kommt hier... Oh. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt hier ein Mann Unterhaltung, aber die war sehr kurz. Spring. Ach, komm noch näher ran, Mann. Hey. Ich wollte, dass da näher rankommt. Hat schon gereicht. Reicht schon, reicht schon. Spring. Uua. Ach, so. Hm. Ich meine, ich kann da rauskommen und alles, aber... Boah. Uuh. Ach so, ich kann hier oben... Ach du Scheiße, ich muss das alles am Leben lassen. Uua. Nein. Es ging nicht. Es tut mir leid. Alles gut. Nein, alles rinnt davon. Das ist so ein blödes Gefühl. Aber was hilft mir denn das, wenn ich jetzt da oben bin? Ey, zum Glück haben wir kein asymmetrisches Gameplay, dass wenigstens der Zuschauer bei dir auch sieht, was ich mache. Ja, das stimmt. Huch. Oh. 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 Damit hätte ich jetzt noch nicht gerechnet. Ah, sehr gut. Ich sollte da oben nur durchs Portal gehen. Der Zuschauer stellt sich vor, wie ich gerade Gänsefüßchen gemacht habe. Okay, warte. Nein, nein, nein. Wieso nicht? Nein. Ich hätte doch jetzt auf die andere Seite gekonnt, dann hättest du da noch nicht... Verstehst du? Nee. Geh mal in die kleine Ecke, damit dir nichts passiert. Geh in die Schäm-Dich-Ecke. Nein, du hättest noch oben bleiben können, dann hättest du da jetzt nicht dich retten müssen. So, jetzt kann ich dir alles aufmachen. Einmal. Zweimal. Und... Der letzte. Subi. Ich glaube, das... Doch, das schaffe ich sogar. Okay. Achso. Aber du nicht. Hä? Kann ich hier nicht vielleicht? Warte. Warte. Ja, nein. Oh, oh. Ah, doch, ja, klar. Jetzt... Ah, sehr gut. Sehr gut. Ähm... Da ist ein Kristall. Oh, wie kriegen wir den? Dann... ...komme ich auch zu dir. Dann machen wir es nochmal mit Abspringen. Mhm. Ha. Clever, clever. So, du bist hier lang. Genau. Ui, 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 okay. Ah, das war scheiße. Ich hätt nochmal schwingen können. Nein. Ich hab nichts ans Schwingen gedacht. Nochmal. Ah. Ab durchs Portal. Für Schottland. Ah, vielleicht können wir auch von hier oben... Oder hat hier unten... Hat eigentlich gereicht, wenn ich von dir abspringe, reicht... Eigentlich schon, ja. Reicht da, okay, dann. Ich versuch mal durchzuspringen. Uh. Ah, ich bin zu früh. Warte, das reicht noch, reicht noch, reicht noch. Ja. Ja, reicht genau. Okay. Oh, ich halt mal den Schwung. Aber ich glaub, da kommt man auch so rüber. Ah, und ich komm wahrscheinlich... Doch, ich komm auch rüber. Schaffst du das auch? Ja. Ich teste nur mal. Hallo, da bin ich wieder. Ah. Ist wie ein Portal mit Atlas und Peabody, die sofort wieder hergestellt werden, wenn sie tot sind. Oh. Okay. Ich töte uns beide. Oh, Moment mal. Aber da unten hätte man nicht landen können. Ich hau ab. Du bleibst oben. Nein. Und ich hätte... Ich hätte das so geschafft. So. Ah. Ach so. Jetzt bin ich hier oben. Moment. Äh. Äh. Nein, ich hätte... Oh Gott. Das sind grad zu viele Möglichkeiten. Ich kann dich jetzt hier hochbringen. Jetzt komm ich ja nicht mehr raus. Scheiße. Das ist auch doof. Hilfe. Ich muss wieder raus. Wie hab ich denn das gemacht? Äh. Du kommst wieder raus. Okay. Wenn ich da unten sterbe... Wo komm ich wieder raus? Du kommst jetzt hier durchs Rosane durch, meine ich. Ja, aber ich meine da oben ja nicht rauf. Nee, da oben nicht rauf. Aber ich muss auch anders irgendwie unten lang. So, warte mal. Ich kann jetzt hier lang und jetzt könnte ich dir... Ach, beziehungsweise... Nee, das geht auch nicht. Wir könnten jetzt Schwung holen, aber ich komme nicht in das Grüne rein. Ich komme nicht nur, wenn ich oben auf dem Block drauf gewesen wäre. Äh. Okay. Oben auf den Block rauf kann ich, wenn ich einmal hier oben war. Dann kriegen wir dich aber wieder nicht da hoch. Lass mich nochmal hoch. So, also jetzt hätte ich den Block. Beziehungsweise... Ich glaube nicht, dass ich... Ah! Das war dumm. Nein. Nein, nein, nein. Ich glaube nicht, dass ich... Äh. Vom Block so abspringen kann, dass ich bis zum Trampolin komme. Da stoße ich mir ja hier vorher die Birne irgendwie. Ich probiere mal so weit wie möglich hier an der Seite so. Guck mal, da komme ich gar nicht richtig durch. Ist auch komisch. Musst du am Ende hier hoch? Ich wallige auch schon. Auf den Block, aber... Wie? Oh, ist das wieder kompliziert. Können wir hier am Anfang was machen? Also hier kann ich dich ja auch nicht hochbringen. Muss ich einfach nur... Achso, warte mal. Komm mal hier auf mein Köpfchen. Hoch. Na gut, das hatten wir schon. Jetzt haben wir hier den Schwung. Und sind auf den falschen Seiten eigentlich. Ja. Wenn du jetzt nach links rüber lenkst, kannst du auch keinen Schwung nutzen. Da kommst du ja nicht durch. Nee, das wird nichts. Ich käme hier wieder hoch. Hoch, warte. So. Verdammt. Das ist doch irgendwie... Okay, was kann ich machen, wenn ich mich jetzt hier kille? Ich kann... Ah, wenn ich ganz weit... Nee. Wenn ich ganz weit nach rechts lenke, komme ich mit Schwung auf dem Jump Pad an. Hilft aber auch wieder nicht. Doch. Nee, ich komme ja durch das Grüne nicht durch da. Du kommst nicht durch das Grüne. Aber du kämpfst nach links. Wir machen das jetzt mal. Also wenn ich auf dem Jump Pad lande, lenkst du nach links rüber und kommst hier unten an der Kante an bei dem Block. Das ist jetzt meine Theorie. Okay. Wenn das funktioniert. So. Wenn ich jetzt... Ah, ich wollte dich halt irgendwie höher bringen. Dann komme ich wieder nicht raus. Nee, Mann. Kann ich hier irgendwas machen auf der Seite? Oh. Ich könnte auch... Ja. Nee, kann ich nicht. Wenn ich hier unten sterbe, komme ich ja wieder oben raus. Ich wollte irgendwie von unten ins Grüne rein. Wie soll das eigentlich jemals gehen? Achso, machen wir es jetzt umgekehrt? Ah, Moment. Ich lasse dich jetzt mal hier hoch auf den Block. So, warte. Ich gehe in Position. Jetzt machst du das gleiche wie ich gerade. Du stirbst längst nach rechts und schießt mich hier durchs Grüne. Dann bin ich... Genau, so. So habe ich es mir ungefähr gedacht. Jetzt sind wir beide hier oben und können... Ja, was eigentlich? Ach, da ist der Block. Sterben. Also, ich meine durchs Portal. So. So. Ich glaube nicht, dass du es aufs Anib schaffst. Nein. Ui. Aber auch nur einmal durchs Portal. Ups. Danke. Jetzt könnte man aber auch. Aber bringt nichts. Hier oben ist auch nichts, würde ich sagen. Du kannst ja mal mitkommen, ob du mich hochbringen kannst. Nee, hier ist nichts mehr. Nee, ich würde sagen... Ups. Achso, oh je, mini. Da muss man hier zwischen landen. Oh, 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 oh. Ach, herrje. Ich würde sagen, da müssen wir beide hoch. Sicher? Wie denn? Ja, ich sehe nicht, dass wir auf der anderen Seite irgendwie... Ja, so zum Beispiel. Oh, ja. Oh, oh, oh. Ich musste weg, sorry. Ja, nee, alles gut. Ähm, das ist vielleicht eine Herausforderung für die nächste Folge. Oh, ist schon soweit? Ja, ich sehe gerade, dass die Zeit rum ist. Vergeht ja wie im Fluge. So was, Mensch, ja, stimmt. Vielleicht mal ausnahmsweise hier beenden. Ja, warte, 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 warte. So, mein Timer hatte noch genau fünf Sekunden. Jawohl, äh, ich würde meinen, ich muss mir dringend einen Controller anschaffen. Sehr, sehr, sehr dringend. Das ist so ein bisschen anstrengend und manchmal auch ein wenig, äh, peinlich, vielleicht. Ach nee, wenn man weiß, dass du Tastatur brauchst, dann... Ich hab da schon Verständnis für und ich bin eigentlich... Also so in 3D-Spielen bin ich auch überhaupt nicht der Controller-Typ, aber in so kleinen Spielchen rechts, links ist es schon sehr komfortabel. Ja, ich finde vor allem mit Controller dann Shooter zu spielen, das ist... Eben, das meinte ich, das geht gar nicht. Nee, das kriege ich auch. Aber so, ich sitze schon sehr bequem, also bequemer als auch mit der Tastatur, finde ich das. Ja, klar, man kann sich dann halt irgendwie so hinflätzen, dass man dann, ne... Man hat schön die Hände im Schoß, da wo der Controller ist, bin ich gewohnt. Bin ich, hab ich schon Übung drin. Mensch, ähm, ja. Na gut. Ab mod. Ja, ich würde ich dann jetzt auch mal sagen, wir verabschieden diese Aufnahme. Guckt auf jeden Fall in die Videobeschreibung, da sind die Kanäle des jeweils anderen verlinkt. Und, äh, checkt das aus, auf jeden Fall. Und, äh, ja, ich würde meinen, wir sehen uns dann das nächste Mal an dieser Stelle wieder. Bis dahin, bis wiedersehen von mir. Tschüss. Tschüss. Tschüss auch von mir, bye bye. Tschüss. 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 Tschüss.